allöchen liebe gamer freunde da draußen vor dem bildschirm es ist mal wieder let's play zeit bei mir dem damien und zwar spiele ich wieder mal weiter process 3 so sieht's aus und ja wir spielen mal jetzt mal eine fortsetzung oder wir setzen das spiel im letzten war ja komischerweise komische kleine basis gefunden mit diesen rebellen und mal sehen wie das jetzt so weitergeht ich bin guter dinge dass ich das level schnell schaffe aber wir werden ja sehen ich hoffe ihr habt spaß dabei so wie ich und so sieht aus mal wieder hinterdrücken das tue ich ja sofort ich habe es um dieser scheiß dialog quatsch nicht schon mal du solltest die vision doch nicht erwähnen na geil wenigstens hast du die sache mit ihr für dich behalten romeo 1 ihr mikro ist noch offen ups ups ja los hier gibt ja noch nicht einen weg ich muss sagen es ist wirklich eine geile eine geile grafik die kraftwerke verzeiht ist deine entscheidung wie die sache angeht na egal wir gucken erst mal hier wegen option weil ich fand es beim letzten mal hat man bei den schlussszenen von dem letzten level absolut nichts von mir verstanden ich denke hoffe mal dass es jetzt da was ist ich muss mal die zimmer bauen was denn jetzt hallo wo soll ich denn hin Soll ich jetzt die überhaupt hoch? Ah Krä, muss ich mal ducken, oder? Naja, das wird Zeit Oh, wieder mal zu Na los, komm jetzt, ey Das ist was hasse ich Ah, die Treppe ist blockiert Wir müssen den Lift zum Laufen bringen Oh, ich würde doch nur spielen, Mensch Und die ganze Zeit hier Warum mache ich das nicht? Ich habe hier einen Bauern zu Ja Brauchst du Hilfe? Nein Nein Der Piss dich Toll, ich hätte es um die Hälfte schneller gemacht, wenn nicht noch schneller Mann, ey Nicht nur Was ist passiert? Ich habe die Hälfte Ich bin okay Dann bleibt wohl nur noch ich Okay Romeo 1 Ich übernehme die Kontrolle Ich brauche einen Link in den optischen Ausgang des Nanosuits Over Alles klar Mega dritt Aber nur, solange es nötig ist Wer hat mir die Couch gedreht? Er hat es verdient Alles scannen Wo wissen die, wer wissen die das? Warte mal, vielleicht kann ich eine Granate... Ach, Scheiße Mann, wo ist jetzt dieser Fuckbogen? Mann, nein, den will ich nicht Den will ich X Ich habe eine Nellen-Munition, denke ich mal Äh, Granate-Munition So So Boah, natürlich wissen sie auch nicht, ich bin tot Was für Wichser? Ja, komm, ich bin ein Stau Romeo 1, ich übernehme die Kontrolle So, wo ist denn der Bogen? Ich brauche einen Link in den optischen Ausgang des Nanosuits Over Echt, Mann So, ah man immer das Falsche Aber nur, solange es nötig ist So, wir sind am schnellsten Mensch So, wir sind am schnellsten Mensch So, wo ist jetzt da Wollen wir mal mit dem Mal увolzen rein? Wie ist denn der So, Scheiße Na, falschen Knopf Nein, das tut ich Scheiße Wooooow Echt? 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 Möchtens? Töchse? Zack und nie Gibt es noch mehr? Oh ja, verdammt. Gehen die alle her? Wo kommen die denn alle her? Oh, wo ist mein Chess-Pfeil hin? Ich hab dich gerade verschossen. Ah, da muss ich jetzt so... Nee, hä? Ich steck mich schon mal hier. Warte mal, hier ist doch Wasser. Ich hoffe die laufen im Wasser. Scheiße laufen sie nicht. Oder doch, warte. Jetzt gehen sie gleich ins Wasser. Komm, lauf hinterher. Komm, lauf hinterher. Scheiße. Scheiße. Los, los! Feuer! Weg hier! Explodier doch mal! Man, er lebt noch. Verdammt. Mann, der hilft noch nicht. Haben die mich gehört? Was? Wo kommt denn der jetzt her? Ganz ehrlich. Wo? Wo? Wo ist mein Pfeil? Nein. Da fehlt mir einfach... Mann ey, immer das Falsche. Ich hab da irgendwo ein Pfeil geschossen. Bin ich bescheuert. Mann verloren! Nein. Oh nein, ich bin verloren. Tut mir leid. So ist das Leben. Von KIs. Was? Was hat der denn da? Er hat's nicht getan. Mit der Töcher hab ich mich getan. Hallo? Und geh jetzt viel! Kommt der denn jetzt her? Ja, was ist das? Boah, komm... Wo kommen denn die alle her? Wo kommen denn die alle her? Schüfft seine letzte Position! Verteilt euch und findet den bevor er es kommt! So, jetzt mal das... Visor auszumachen. Da werde ich meinen Pfeil wieder einsammeln. Klick. Oh, ein Schützgeräusch. Wir brauchen Verstärkung! Meine Jungs sind alle tot! Scheiße. Mal an! Komm jetzt! Boah, du... Kleine... So, lass noch mal den mal weg. Scheiße. Ich glaub ich hab die Stange getroffen. Da wird das. Ich will die Stange weg! Treffer! Alter, Wunsch! Oh, hättest du nicht noch ein Stück Butter laufen können? Alter... So, jetzt brauche ich meine Pfeile wieder. Okay, die male.